Hallo, hallo liebe Studentin, hallo lieber Student, wir lernen heute die Grußformen. Wie grüßen wir uns? Was sagen wir am Morgen? Guten Morgen. Was sagen wir tagsüber? Tagsüber sagen wir guten Tag. Guten Tag oder auch hallo, grüß dich oder in der Schweiz. Was sagen wir am Abend? Am Abend sagen wir guten Abend. Wir grüßen mit guten Abend. Was sagen wir nachts? Wir sagen gute Nacht. Ich wünsche eine gute Nacht. Schlaf gut. Und was sagen wir zum Abschied? Also wenn wir gehen. Auf Wiedersehen. Wir sagen auf Wiedersehen oder Tschüss oder bis bald. Ich sage Ihnen Tschüss. So, Olga, bitte. Jetzt sind Sie an der Reihe. Olga, wir grüßen uns. Ja, was sagen wir am Morgen? Am Morgen sagen wir guten Morgen. Schön, am Morgen sagen wir guten Morgen. Was sagen wir tagsüber? Guten Tag. Guten Tag. Tagsüber grüßen wir uns mit guten Tag oder mit hallo, ja, oder mit grüß Gott in der Schweiz mit Kretzi. Und was sagen wir am Abend? Guten Abend. Am Abend sagen wir guten Abend. Ja, wir grüßen guten Abend. Was sagen wir nachts oder in der Nacht? In der Nacht sagen wir gute Nacht. Gute Nacht, ja. Ich wünsche eine gute Nacht. Schlafen Sie gut. Was sagen wir zum Abschied? Wir sagen auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, ja, oder Tschüss oder bis bald. Ja, oder Tschüss oder bis bald. Bis bald, ja? Danke, Olga, sehr gut.